Shannon Doherty, 53, war noch nicht bereit, zu gehen, Mama Rosa in tiefer Trauer Los Angeles, USA, der Schock über den Tod von Shannon Doherty, 53, sitzt immer noch tief. Am Wochenende verlor der Hollywood-Star nach neun langen Jahren den Kampf gegen ihren Brustkrebs. Inzwischen gab nicht nur ihre trauernde Mutter, sondern auch ihr Arzt Einblicke in ihre letzten Tage und Stunden. Im Alter von 53 Jahren verstarb die Schamit und Beverly Hills-Darstellerin am zurückliegenden Samstag. Nur kurz zuvor legte sie ihren monatelangen Scheidungskrieg mit Ex-Mann Kurt Iswarienko, 50, ad acta. Ein bisschen Seelenfrieden? Hoffentlich. Und dennoch war sie alles andere als bereit, das Leben hinter sich zu lassen. Wir haben weitergekämpft und gleichzeitig mehr Unterstützung geleistet und wir haben einfach weitergeliebt, gehofft und unterstützt, erinnert sich Dr. Lawrence DePiro, ihr Onkologe, im Gespräch mit dem People-Magazin an die letzten Wochen. Shannon Doherty, 53, war noch nicht bereit, zu gehen, Mama Rosa in tiefer Trauer. Los Angeles, USA, der Schock über den Tod von Shannon Doherty, 53, sitzt immer noch tief. Am Wochenende verlor der Hollywood-Star nach neun langen Jahren den Kampf gegen ihren Brustkrebs. Inzwischen gab nicht nur ihre trauernde Mutter, sondern auch ihr Arzt Einblicke in ihre letzten Tage und Stunden. Im Alter von 53 Jahren verstarb die Schamit und Beverly Hills-Darstellerin am zurückliegenden Samstag. Nur kurz zuvor legte sie ihren monatelangen Scheidungskrieg mit Ex-Mann Kurt Iswarienko, 50, ad acta. Ein bisschen Seelenfrieden? Hoffentlich. Und dennoch war sie alles andere als bereit, das Leben hinter sich zu lassen. Wir haben weitergekämpft und gleichzeitig mehr Unterstützung geleistet und wir haben einfach weitergeliebt, gehofft und unterstützt, erinnert sich Dr. Lawrence DePiro, ihr Onkologe, im Gespräch mit dem People-Magazin an die letzten Wochen. Vielen Dank.